Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Need for Speed Undercover. Wir haben hier einen neuen Mustang, mit dem ich noch gar nicht richtig gefahren bin. Und dann machen wir jetzt das Maureen Douglas Cops Ausschalten. Missionswendding. Und dann können wir mal sehen, wie er sich schlägt. Da sollen wir jetzt drei Polizisten ausschalten. Ich halte diesen Wagen für sehr wuchtig. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass man damit den einen oder anderen Wagen weg haben kann. Ich kann aber auch einfach so machen. Ich glaube, das waren jetzt schon drei. Ja. So, jetzt entkomme ich noch schnell. Okay, das war knapp. Da war ich genau zwischen zwei Polizisten. Wo ist das Versteck hier? Ja. Das ging sehr, sehr schnell. Wie lange hat es gedauert? 27 Sekunden. Aber hey, so kann es gehen. So, was haben wir jetzt auf der Karte? Haben wir da irgendwas krasses? Ein Highway Battle. Hatte ich schon eine Weile nicht mehr. Dann starte ich das. Ich sehe gerade, hinten geht dieses Vinyl gar nicht bis ganz runter. Ich könnte jetzt sagen, hat aber auch was. Aber irgendwie, nee. Ich finde es nicht gut, aber ich bin zu faul. Deswegen jetzt nochmal das Vinyl zu bearbeiten. Das bleibt jetzt so. Die Optik ist eh nicht ganz so wichtig. So, schon geschafft. Mit diesem Wagen geht alles so schnell. 18 Sekunden. Na, meinetwegen. Mich soll es nicht stören. So, was steht jetzt noch? Da war noch ein Highway Battle. Und hier haben wir ein Master Event. Ist das ein Rundkurs? Ja. Nee, das ist neu. Aber das ist so ein Kreisel da rum. Heißt das nicht auch, dass es ein Master Event ist? Äh, was auch immer. Wir starten das jetzt. Ich glaube, dieser Kreisel da rum, das heißt Master Event. Was genau das heißt, dass es ein Master Event ist? Weiß ich aber auch immer noch nicht. Du gehörst nicht zu den Guten und nicht zu den Bösen. Oh nein. Die haben einen, oh, sie haben einen schleimgrünen Lamborghini. Die, das gefällt mir sehr gut. Okay. Mein Start ist deutlich langsamer als der von denen. Master Event heißt vermutlich auch, dass die Gegner stark sind. Sehr, sehr. Aber das, sehr, sehr stark. Aber das kann, konnte ich mir eh schon denken. Ich meine eher, naja, was ist jetzt sonst noch mit diesem Event auf sich hat? Ich glaube ich, oh verdammt, da habe ich das Nitro komplett verbraten. Ich meine mich, ich glaube ich kann mich hier dran erinnern, an dieses Master Event. Das kommt mir gerade sehr bekannt vor, diese Kurve da. Und irgendwie habe ich auch diese Lamborghinis im Kopf. Da soziiere das alles miteinander. Ich glaube, das war sehr schwer. Weil, naja, wahrscheinlich habe ich es oft versucht. Und darum habe ich es so präsent im Kopf. Das sind immerhin zwei Runden. Wow. Ich habe nicht mal gesehen, in welche Richtung die Kurve ging. Ich hätte auf die Minimap gucken können, aber hey. Das wäre doch viel zu einfach. Was hat der da für einen Wagen? Ne. Das geht gar nicht in Ordnung. Bleibt stehen. Okay, das erste, die erste von drei. Oh Gott, drei Runden sogar. Ist vorbei und ich bin dritter. Das gefällt mir nicht sonderlich. Ich mag auch nicht, wie der Wagen sich steuert. Aber das wusste ich von vornherein, dass mir der Audi besser gefallen haben wird. Ich mag... Oh Gott. Ich mag die Audis in Need for Speed spielen. Irgendwie fast immer. Und die Mustangs mag ich theoretisch schon, aber ich kann sie nicht fahren. Hallo. Hör doch mal auf. Ah, der hat mich abgebremst, der Passant. Ich weiß gerade auch gar nicht, ob ich jetzt der vierte Platz bin oder ob da vorne noch mehr sind. Da sind noch mehr davon, die ich nicht mal sehen kann. So eine Platzanzeige wäre echt praktisch. Gott, sind die schnell. Wir können nur nicht verlangen, dass man in der Kurve über 200 Sachen fährt. Was ist denn das für ein Zeichen? Die Kinder, ja? Da draußen. Jetzt wollen die auch alle 200 Sachen in der Kurve fahren. Es wird viele Tote geben nach diesem Let's Play, weil die... Das Spiel kennen sie zwar nicht, aber diese Videos dann... Ich bin mir so sicher. Ich hab da vollkommen recht. Wow. Könnt ihr mal aufhören? Oh, das wird sowas von nicht funktionieren. Ich kann das Rennen sowas von knicken. Sind da vorne noch mehr als diese vier. Genau. Das versuche ich auch noch weiter. Ich versuche es noch einmal neu. Da habe ich mir ja was eingebaut mit diesem Rennen. Aber gut, ich habe schon zwei Rennen, also eine Verfolgung und ein Rennen in diesem Part geschafft. Ich werde also nicht am Ende des Partes, weil ich das hier weiter versuchen werde, so sein, dass ich das Gefühl habe, nichts geschafft zu haben. Ich muss mich dann nur noch daran erinnern, dass ich ja am Anfang was geschafft habe. Das wird ja lange vergessen sein. So. Ich kann mit dem Mustang nicht so gut driften wie mit den anderen, mit dem Audi. das fällt mir direkt auf. Hm, hau ab. Bitte bleib stehen. Er springt auf keine meiner Taktiken an. Wow. 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 Da wurde ich auch noch fies attackiert und bin dann ganz schön komisch in die Kurve geraten. Ich muss mich die ganze Zeit vorne halten, sonst ist das hier verloren, wenn ich irgendwie mal den Anschluss an die Führung verliere. Oh Gott, ist das ein krasses Rennen. Allein der Wert dieser Wagen addiert. Das ist krass. Das ist echt eine große Zahl, die dabei rauskommt. Wenn man den Wert multipliziert, kommt sogar noch eine höhere Zahl dabei raus. Krass. Das hat dann keinerlei Sinn mehr. Das ist dann einfach nur eine große Zahl. Oder kann man die Werte von Sachen multipliziert hier? In diesem Fall. Was könnte man damit aussagen? Wofür wäre diese Rechnung von Nütze? Könnt ihr mir das sagen? Ich weiß es gerade nicht. Mir fällt da nichts ein. Dabei habe ich heute einen Test in Mathematik geschrieben. Das ist Überwahrscheinlichkeit. Das hat doch total viel damit zu tun. Das ging aber voll klar. Also ich habe kein Problem mit Mathematik. Das war mir von vornherein aber bewusst. Da habe ich zu spät in diese Richtung gedreht. Ah, hätte er mich anders erwischt. Denn, oh Gott. Ist erst die zweite Runde, aber ich bin mir jetzt so sicher, dass ich dieses Rennen verliere. Wegen dieser einen Kurve. Wie eng die aber auch ist, die Kurve. Gut. Diese drei komischen, die die ganze Kurve nehmen, die kann ich hier durch jetzt aber abhängen. Ach, jetzt wird mir auch mal abgezeigt, welchen Abstand ich habe. Das wurde mir sonst, glaube ich, bisher nicht angezeigt. Ich bin nochmal dritter, wenn ich das richtig sehe und Sebi ist vor dem Bildschirm. Das sehe ich richtig. Ha. Voll das gewollte Manöver. Eigentlich nicht. Denn dadurch sind der zweite und der dritte, also ich und der grüne, weiter nach hinten gekommen. Er zwar noch weiter nach hinten als ich, aber der erste wurde davon gar nicht beeinflusst, von daher hat er jetzt noch einen höheren Vorsprung. Und mein Platz, äh, mein Ziel ist ja nicht zweiter Platz, sondern erster. Aber ich, ich bleibe besser dran als im vorherigen Versuch. Okay, damit man keinen großen Schwung macht, da weiter außen rechts fahren. Das habe ich jetzt auch gelernt. Könnt ihr mal aufhören? Hm. Naja, das war jetzt auch keine exzellende Kurvennehmung. Ich weiß das, ich bin, ich kenne mich aus. Ich bin professioneller Kurvennehmer. Kann sein, dass der erste schon im Ziel ist. Ich finde, dann sollten sie einem so einen Hinweis sagen, hey, der erste ist im Ziel. Dann brauchen wir uns gar nicht weiter versuchen. Er ist doch nicht der erste, oder? Nee. Oder? Dann bin ich jetzt dritter, richtig? Position drei, ja. Wir versuchen es nochmal. Das war schaffbar. Plus, hatte ich dann so zwei, drei blöde Momente. Je mehr ich das sehe mit meinem Pfeilen da neben meinem Nummernschild, desto besser gefällt es mir. Komisch. Wahrscheinlich habe ich mich einfach damit abgefunden, dass es so bleiben wird, weil ich weiß, ich bin zu faul, es nochmal zu ändern. jetzt fängt mein Gehirn an einfach anzunehmen, dass es das mag, weil es sich ja eh damit arrangieren muss. Schlaues Gehirn. Toll, das ganze Nitro wieder verbraten, weil ich die Kurve so bescheuert nehme und dann einfach stehen bleibe. Nehmen und dann stehen bleibe. Was habe ich gesagt? Ich glaube, ich habe nie mehr niemanden gesagt. Ach, keine Ahnung, irgendwas habe ich falsch gesagt, glaube ich, und da habe ich es verbessert. Vielleicht habe ich es aber auch gar nicht falsch gesagt, wenn man die Verbesserung ein Fehler. Alles ist blöd. Das sah nicht gesund aus. Also für den Wagen. Ganz und gar nicht. Das sah so aus, als hätte ich die Reifen komplett weggerissen. Mutalsdatumweise. Fangen, fangen, fangen. Nein. Okay, ich bin noch Zweiter. Der Erste ist noch da vorne. Gut, ich habe es nicht geschafft, die Abkürzung zu nehmen. Was ist denn gerade los? Warum schlippert mein Wagen denn hier so rum? Das verstehe ich nicht. Ich bin immer noch Zweiter. Okay. Ha, und er ist da reingebrettert. Ich bin wieder Erster. Leider war es nicht die letzte Runde. Das wäre toll. So, hier lang. Uah. Oh Gott, ich bin gerade hochkonzentriert. Das war doch mal eine bessere Art und Weise, diese Kurve zu nehmen. Und da die anderen hier auch alle über die Straße fahren, nehme ich einfach mal an, dass das besser ist, als da durch den Dreck zu donnern. Mach ich jetzt auch. Wow. Ja, jetzt bin ich direkt Letzter. Das ist ja auch ein Problem bei so einem schweren Rennen. Die sind ja alle dicht aneinander. Ein Fehler, man ist Letzter. Ja, wirklich. Also, Letzter ist ja nicht mal eine Untertreibung hier. Wow. Die Kurve habe ich gut genommen. Das gibt mir gerade Hoffnung, dass ich nochmal aufholen kann. Ich habe keine Lust, das Event nochmal komplett neu zu starten. Hau ab. Ey, das, das, da vorne ist der Erste. Ich bin dicht dran. Oh nein, der Blau ist gar nicht mehr der Erste. Ist er wenigstens der Zweite? Ich glaube schon. Jetzt ist er übrigens der Dritte. Uah. Aber nicht mehr lange, wenn ich weiter so behämmert fahre. denn, naja, ich bin jetzt Erster. Genau das wollte ich damit sagen, was auch immer. Bitte bleibt hinter mir. Das ist die letzte Runde. Es ist auf jeden Fall scharf wahr. Auch für mich. von der Arsch hinter mir jetzt mein Windschatten auskostet. Okay, das hat geklappt. Wenn ich da so ein bisschen springe, nehme ich die Kurve besser, als wenn ich gar nicht springe. Ich dachte, das wäre anders. Ja gut, keine brillante Kurvennahme, aber es hat funktioniert und mich jetzt nicht auf den letzten Platz verdonnert. Von daher ist das okay. Gott, jetzt habe ich hier die lange Kurve genommen, aber die nimmt meistens gar nicht so viel Zeit, wenn man hier dafür eine Menge Speed aufbaut. Und da vorne ist das Ziel. Sehr gut. Und rein da. Schön in die Wand gebrettert. Wir haben gewonnen. Das war doch mal eine Herausforderung. Sehr schön. Na komm. Fahrt mir rein. Ich will dich verklagen. Uh, wir erzeugen ja eine Nebelwolke. Das hier ist Silent Hill. Naja, was auch immer. Es ist, es ist vorbei für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Vogel. Tschüss.